Wir sind jetzt im Thué Blue Saligerme. Mein Koffer ist gerade gekommen. Ich habe ein super schönes Zimmer bekommen. Ein Einzelzimmer. Doppelbett. Da kann man schön ein Dreibettzimmer draus machen. Ganz tolle Ablache, Fernseher. Man kann schön draußen sitzen. Und die Abendsonne schön genießen dann hier. Hier die Anlage ist wirklich traumhaft schön. Toilette, alles tipptopp sauber. Bad. Alles neu gemacht. Ganz, ganz toll. Und eine große begehbare Tusche haben wir. Super. Das ist ganz, ganz toll. Hallo, ich bin der Hubert. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit meinen Videos. Unten einfach auf Gefällt mir drücken. Und dann seht ihr die weiteren auch noch. Ich werde jede Menge in Dallermann jetzt hier machen. Und werde es euch mitteilen. Bis bald. Tschüss.